Wer genug von der Beschaulichkeit der Feiertage hatte, war auf der Osterparty in Hude genau richtig, denn hier wurde zu später Stunde ordentlich gefeiert. Den ohnehin schon tanzwütigen wurde musikalisch eingeheizt und als schließlich Big Brother Jürgen Milski auf der Bühne rheinischen Frohsinn verbreitete, wurde im Saal geschunkelt und gesungen. Der Kölner zeigte sich nach seiner Darbietung beeindruckt von der Partytauglichkeit der Nordlichter. Also ich kenne die Nord, ich trete ja sehr viel im Norden auf und wo das Ganze angefangen hat mit meiner Karriere, hat man mir immer gesagt, oh im Norden, da sind die alle kühl und da kommen die nicht so aus sich raus. Ich habe gerade gedacht, ich stehe in Köln, im alten Wartesaal oder wo. Also die können genauso feiern wie wir in Nordrhein-Westfalen. Ich komme immer wieder gerne hierhin. Er hatte diesmal Unterstützung von Deutschlands drei bekanntesten Schrotthändlern, den Ludolfs. Die gaben ihren ersten gemeinsamen Song zum Besten und begeisterten weniger durch Stimmgewalt als durch persönlichen Einsatz ihre Fans. Die drei Brüder werden zwar weiterhin auf dem Schrottplatz arbeiten, basteln aber neben Autos zukünftig auch in ihrer Gesangskarriere. Wir haben schon drei neue Lieder wieder aufgenommen. Noch zusätzlich. Eisbären noch zusätzlich. Die Loto-Blume. Die Loto-Blume. Und heute haben wir ein Lied aufgesagt. Was? Ja, ein versautes Lied. Versaut ging es dann aber bei der anschließenden Autogrammstunde doch nicht zu, obwohl die Herren von der norddeutschen Damenwelt nicht abgeneigt waren. Das ist so ein süßes Lächeln da oben. Hallo, ihr Süßen. Ja. Sag ich ja, das ist so das Beste, was es gibt bei heißen Miezen, wa? Korrekt. Das ist das Schönste im Leben. Liebt ihr uns nicht auch ein bisschen? Ja. Da wollte ich ja wohl auch meinen, genau, ihr Süßen. Nochmal Dankeschön an alle unsere Freunde, unsere Fans. Schönen Grüße. Und an unsere Süße besonders hier, wa? Ja, da oben gucken wir noch ein paar Süße. Wird ja mal mehr. Habt ihr hier ein ganzes Nest von? Ja. Ja, wir nehmen uns heute Abend noch Zeit für euch alle zum Schmusen. Ob nun verschmust oder nicht, die Partygäste waren in bester Laune. Jo, es ist super Stimmung heute. Läuft echt und so, ne? Schaut! Hallo, geil! Geil! Die Stimmung ist gut. Ja, ist gut. Ist gut. So gut, dass in Hude die Nacht durchgetanzt wurde. Jettronik. Ja, es ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020